Leute, Leute, die Woche werden auf jeden Fall weniger Songs kommen, dass ihr da Bescheid wisst, weil ich glaube, das ist auch einer der letzten Songs, die wir online hochstellen. Wir hatten heute ein bisschen ungeplant Verzögerung, weshalb wir jetzt schon 0 Uhr haben und alle tot sind. Wir haben heute gearbeitet. Oh mein Gott. Ja, deswegen verzeiht uns an der Stelle. Aber ich habe mega Bock auf Mäus und Maestro. Mäus und Maestro, mal gucken, vielleicht machen wir noch ein Ding, bevor wir K-Pop noch machen. Vor allem, Mäus hat mich so überzeugt, die letzten paar Maler. Gucken, wie die Katze klingt diesmal auf dem Song. Kleiner Scherz. Das war doch immer der Dissens an Mäus. Du klingst wie eine tote Katze auf Autotune. Irgendwie sowas war der Diss. Der von Bescheidung und von Juri. Egal, wann, Spaß, wie es ist. Das schreckt uns nicht, Digga. Warte, let's go. Ich muss sagen, Autotune ist über die Zeit so sauber geworden. Unglaublich. Gern? Früher, ganz früher, war einfach nur Katastrophe. Du hörst diesen Computer original drauf. Ich dachte, ich war jetzt schon eine saubere Stimme gerade. Das ist wie heute, diese Fake-Voice-Message, die ich euch geschickt habe, Digga. Früher war das so. Ja, ich schwör's dir. Ich hab keine Ruhe, meine Seele, ja, sie brennt. Kann ich schlafen schon seit Tagen, denn die Lichter sind zu hell. Fühl mich nicht mehr wie ich selbst. Tragen Narben, bin entstellte Aufnahmen, die sie sagen, doch die gab ich mir nicht selbst. Ich muss sagen, den ersten Mal frage ich noch nicht so ganz gefühlt. Ja, ich auch nicht. Und ich, das ist jetzt so ein bisschen komische Kritik, aber ich fand die Emojis haben so rein videotechnisch nicht so ganz ins Konzept gepasst. Das war so voll komisch. Vielleicht, da gibt's noch Sinn, warten wir mal ab. Vielleicht, da gibt's noch Sinn. Vielleicht ist es gewollt vom Künstler. Vielleicht. Ich kritisier ihn nicht. Ich warte. Wir sind ein Diamant, in Niemandsland. Keiner sieht, wie erscheint oder, dass es ihn gibt. Doch der Diamant verliert nie seinen Glanz. Ganz egal, wie viel Tonnen von den Blöken auch umgehe. Ich habe Angst, das zu werden, was sie sehen. Ich denke... Ich weiß noch was, was ist das nötig. Zu viel Message mit zu viel Instrumental. Ich würde bei so viel Message gerne auch nur seine Stimme hören, damit man da drauf hören kann. Ja, ist ruhig. Ruhigerisch so. Weißt du, was ich meine? Was ist das nötig? Die Frau hat Drip. Warum hat die Drip? Hübsch, oder? Dings, externe Akku Case. Nein, die haben immer du. Oh, krass, alle. Die haben Drip einfach. Externe Akku. Sauberes Gesicht. Gute Haare. Das ist Dings. iPhone 11 Pro Max. Ich kann ja sehen, wie sie aussieht, dieses Handy. Maschallah. Weiter. Oder wieder. War das nicht dieser Dings? Von letzter Woche? Ere Can. Nein. Der mit Santa Cruz zusammen war. Das sah, fand ich, auch so aus. Abbas, Momo. Abbas, Momo, genau. Ich geh mal kurz zurück. Geh mal kurz zurück. Ich glaube, das war... Ich habe Angst, das zu werden, was sie sehen. Nein, der sieht anders aus. Nein, nein, der sieht ganz anders aus. Nein, das ist Can, Digga. Ah, deswegen hatte ich Ellen Can. Siyamu alaikum, Can. Deswegen habe ich gesagt Ellen Can, weil ich Can gelesen habe. Hier sieht es aus. Das ist dein Schmerzteil. Abbas, Momo, hat schon deutlich mandeligere Augen. Ja. Mandelfeu. Das muss doch das schaffen von der Welt, die es erlebt. Dass alle meine Träume aufrehst und niemals schläft. Habe Angst vor mir selbst, ich im Spiegel nur ein Monster. Steine Grenzen in der Nacht, hoge Ketten, dem ich feste, wie ein Monster. Okay. Ich muss Stop drücken, sonst... Der Tritt war cringe, Digga. Ja, aber der Tritt war cringe. Weiter. Oh, Maestro, auf den habe ich Bock, Digga. Ja, ich auch, sehr. Sorry, Moisam. Oh. Der kann das so gut flauen, Digga. Der überzeugt mich. Kenntest du diese Tiervergleiche im Deutschrap? Das war wieder eines davon. Ja. Wenn ein Adler... Ein Adler fliegt nicht mit Tauben. Nein, wie war das, wie dein, Digga? Wenn ein Adler nie fahrt. Wie lustig. Ja, 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 fahrt, fahrt. Fahrt war King in diesen Tiervergleichen, Digga. Fahrt hat die Vergleiche schon mit jedem Tier. Der hat jedes Tier auseinandergenommen. Cridge. Hey, wo? Es ist egal, wie viele Kämpfe ich gewonnen habe, weil die Jahre wachten mich zum Monster. Habe Angst vor mir selbst, sehe im Spiegel nur ein Monster. Spände glänzen in der Nacht, trage Ketten, denen ich fesselte wie ein Monster. Seh nichts im Stern, bin verwirrt. Doch suche einen Weg zurück zu mir. Doch habe Angst vor mir selbst, sehe im Spiegel nur ein Monster. Ich muss ehrlich sagen, oh krass, Selbstmord-Action. Aber guck mal, die Leute gucken, was wir machen. Das ist immer noch so, ihr scheiß Kanacken geht nach Hause, Alter. Ey, ich schwöre, ich habe leider die Message nicht mehr gehört. Ich auch, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Moispad hätten wir die Leute deutlich mehr fühlen können. Weil ich glaube, der hat immer was zu sagen. Ja, es waren mir einfach zu viele Effekte, Digga. Ja, das, guck mal, man sieht so, Text hat eine Message, Musikvideos hat eine Message. Aber irgendwie war das zu übertönt mit den anderen Dingen. Es waren zu viele verschiedene Elemente. Das ist wahrscheinlich die Sache. Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem. Aber man sieht, dass durchdacht ist. Weißt du, was man auch sieht? Aber jetzt ohne Hate, dass Maestro deutlich, deutlich krasser rappen kann als Mois. Oder generell Musik im Beruf. Hat er eigentlich schon vorher gerappt? Ich glaube, ja, ja. Ich glaube, ja. Weil es hattest du gehört, Digga, wie der die Zeilen am Ende durchfloat. Das hört sich so sauber an bei Maestro. Ich bin Fan davon. Ja, ich auch. Haha, der da hinten, Digga. Ja, Mann. Ui. So witzig, wie der gerade sein Handy auspackt, aber so ein of 8. Kamera sieht mich eh nicht. Was, was? So Kamera sieht mich eh nicht. Der hat so gar nicht motiviert hochgehoben wie die anderen. Der so unten. Oh nein. Monster. Meister. Ja, ich habe es leider nicht gecheckt. Das ist wie Musik wie du. Baut du dumm dafür. Ja, ich schätze mal die, also um grob das zusammenzufassen, die, die sich umgelegt hat, beziehungsweise am Ende dann selbst mitbegangen hat. Sie hat sich selbst als Monster gesehen, wahrscheinlich einfach, weil jeder sie gemobbt hat. Oder dies oder, keine Ahnung, meine Interpretation, obwohl ich nichts mitbekommen habe. Rein vom Titel. Außer vom Monster. Ganz ab, ich bin nicht die. Yo, Leute. Das war so viel dazu. Und natürlich, natürlich ist es auch unserer Müdigkeit und dieser Wärme geschuldet, dass wir vielleicht das Ganze nicht so aufmerksam hören konnten. Deswegen entschuldigt das bitte an der Stelle. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wie am Anfang schon bereits erwähnt, checkt unten in der Videobeschreibung den Link zu Telegram ab. Ansonsten Instagram, was? Die Ravennas heißen wir auf Instagram, auf YouTube, könnt ihr uns ebenfalls gerne abonnieren. Einen Daumen hoch wäre richtig geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Ciao. Salute. 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 Cringe.